Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu BattleBot! Mit... Ich habe auch eine Rechtsliga-Attacke gebracht. Allen außer CPS mit außer Christian. Also mit Dalu. Ähm... Was machen wir jetzt Dalu? LOL! Oh mein Gott! Wir schauen uns auf zwei links, drei rechts oder halt so wie die das machen. Okay, ich gehe rechts. Wo ist Dalu? Ne, dann gehen wir links. Gehen wir J. Ich habe das Spielprinzip jetzt hier noch nicht hundertprozentig verstanden. Aber wir spielen einen neuen Modus. Und... Ich habe gerade aktuell leider noch keinen Greenscreen. Das ist ja nicht schlimm. Ne, jetzt... Hier findet das Game statt. Achtung, Bram, hinter dir. Ja, J. hier ist ein Tower, den du machen kannst. Gib den Schild und dann musst du da weg. Ne, ich muss da kurz noch kaputt machen. Links oben einer, links oben einer. Alles klar. Also hier bei uns ist, glaube ich, gar keiner. Muss da weg? War doch einer. Wieso muss ich da weg? Ich mache ihn! Ich mache ihn nicht! Alles gut. Ne, die laufen dann durch, glaube ich, oder? Genau. Alle Minions, die jetzt in den Schredder reinbringen, geben halt Punkte. Dalu, ich bin tot! Du tankst ja auch die Minions. Was? Muss ich die Minions tanken oder nicht? Am besten mit Fernkampf kaputt machen. Die laufen über die Straße ganz normal. Ja, keine Schnelle. In der Zeit kannst du die abballern. Alright. Ich bin auch nur ein Schilder und kein Heiler. Der hat so ein scheiß Schild. Ja, wieso haben wir keinen Heiler? Gefällt mir nicht. Ein Supporter ist reich. Ein Supporter ist reich. Hat er so viel Geld oder was? Oh nein! Hat er nicht gemacht, Jay? Richtig rich. Ja, irgendwie hat er ziemlich viel ausgehalten. Da ist Barack Obama, Junge! Glaubst du kannst was, Barack? Barack, glaubst du kannst was? Was? Guck doch mal, Heizkugeln! Alter, der eine steht da nur AFK rum! Das hat ein bisschen was von den Transformers, kann das sein? Ja, das ist halt ja ein Scheißspiel. Ich hab grad einen AFK gekillt, Alter. Was geht ab? Oh, 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 oh! Okay, jetzt müssen wir die Minions da reinbringen. Alter, der Barrack ist immer noch da hinten am Start. Der Barrack hat aber Minions durchgelassen. Der Barrack ist heiß, ich bin da unten. Ich hab Barack gekillt! Untaunting, untaunting. Achso, ja genau. Voila! So, jetzt bin ich wieder am Start. Also die Minions müssen hier in dieses... Kann ich da auch reinrennen? Das solltest du nicht, selbst wenn's geht. Okay, ich probier euch... Hast du das schon mal ausprobiert? Ich hab das schon probiert. Ich hab das schon probiert. Da passiert nix. Da passiert nix. Ist ja langweilig. Was ist... Ja, der eine macht uns da irgendwie. Keine Ahnung. Ja, hier sind wohl drei, ne? Du hast ja immer so ein Heil-Ding, ey. Wir sind halt drei. Da kamen auf einmal Typen aus dem Nichts. Ja, ja, genau. Da sind die neue... Die neue Minion-Welle. Dann machen wir die nochmal ganz kurz weg. Aber da ist jemand auf der Barrack, ey. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf dir! Boom, Junge! Ja, boah, nice. Das war schön. Neue Schild. Okay, ich geh wieder zurück. Ich geh wieder zurück. Ich geh wieder zurück. Oh nein, ich werd gemacht! Jay, ich brauch dich! Hilfe! Oh Gott. Jetzt läuft's echt gut. Oh, jetzt haben die links drei. Ja, jetzt haben die links mehr Leute. Ja, jetzt haben die links mehr Leute. Ja, hier kommt so ein Sith auf mich zugerannt. Komm auch, Jay! Den Sith kriegen wir! Den Sith kriegen wir! Den Sith kriegen wir! Hinter uns die Bogentante. Hinter uns die Bogentante. Okay, der Sith ist down, Junge. Und jetzt der andere! Boom! Boom! Oh, okay. Der hat ein Schild, der hat ein Schild. Okay, ich krieg grad richtig Damage. Du hast jetzt auch noch mal ein Schild. Ich weiß aber nicht, was das so gut ist. Oh, jetzt ist Eric! Jetzt ist Burke auch noch hier! Ja, ja, jetzt müssen wir weg irgendwie. Oh, er hat dich, er hat dich, oder? Alter, was geht denn hier ab? Du hast gleich neue Schild, Peter! Neue Schild! Schnell! Jawohl! Wie sexy! Oh nein, er hat mich trotzdem. Oh Gott, das war so sexy kurz. Und dann war es hässlich. Alter, ich brauche so eine Healing-Station, oder sowas. Oh Leute, der hat mich... Der hat mich gecrackt. Ich brauche so eine Healing-Station, oder sowas. Ich habe hier ganze Zeit kein Leben! Aber du hast dann nur Schild wieder. Okay, ich komm wieder. Dalu, wie ist die Lage links überhaupt? Wir hatten da links ja... Alles geht hier durch. Was ist da los? Ich bin aufdaunt. Rechts ist safe. Rechts ist ganz safe. Wer übrigens noch Geld überhat, hier kann man die Minions in der Mitte spawnen. Zwei Roboter, jeweils. Komm, den Barak kriegen wir, Jay! Hä? Guck mal, er verpiss dich, Junge! Niemals! Ich bin jetzt kurz zum Bram, Bruder. Er verpiss dich. Ich bin auch gleich da, Bram. Wo ist der Barak? Okay, ich muss mich zurückziehen. Zurückziehen, zurückziehen! Ich beherrsche Barak, Junge! Der hat gelieft! Der hat gelieft! Drei Leute haben schon gelieft. Was? Rage quit! Rage quit, weil ich den Platt mach, Junge! Ja, wer will auch schon mit Level 43 so krass verlieren? Hahahaha! Da gehen so nubes wie uns! Den Level 3 haben sie! Das ist mein zweites Spiel! Easy! Easy! Warte! Shield, komm! Oh nice! Das ist halt schon ganz schön! Da ist jemand zurückgekommen! Was ist denn dabei? Oh, One Last Time ist oben in der Mitte und schießt da auf euch! Dann habt ihr das schon mal gecheckt! Oh, den hole ich jetzt, den Wichser! Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt, ehrlich. Ja, du ist da gerade auch rein! Ich bin, bin hin! Wir kämpfen gegeneinander! Gehen mach ich! Ja, wohl, Braben! So, da, hallo! Ich bin bei dir! Okay, okay, okay! Ich geb dir nochmal ein Schild! Dann kenn ich nämlich auch ein! Du Arschloch! Schönes Stunt! Boah! Nice Kombi, Alter! Easy! Die Minions laufen durch! Alter! Ein neues Schild! Der LaFueda, der den Zift spielte, den Bram letzte Runde gespielt hat, der ist richtig scheiße! So, jetzt ist unser Schredder hier kaputt, weil wir 250 Punkte haben, jetzt müssen wir weiterlaufen als die! Das ist ein scheiß Schredder! Ich will dir was zeigen, meine Wumme! Toll! Ich will dir was zeigen, meine Wumme! Come Jay, neue Shield! Boom! Level up! Blink, blink, blink! One last time will aufgeben! Pull, Junge! Oh, schluck, Zeckel hier! Wer kennt mich? Wo ist er denn? Peter, hinter dir! Tate forsch! Oh, ich hab das Gefühl, dass ich gerade richtig habe! Nein! Von rechts, Peter! Da kann ich nichts machen! Oh Gott! Ich muss fliehen! Ja! Ist jetzt gar nicht ein neues Schild! Faggots! Oh, die sind ja durch? Ja, durch ja noch nicht! Ja, okay! Kann das sein, dass wir jetzt alle auf einer Lane sind? Oh Mist! Die andere komplett frei! Wo bist du denn? Äh, ja, was macht ihr denn hier? Ne, wir sind links! Wo bist du? Ich bin rechts! Und alle anderen sind auch rechts! Ja, dann ist doch richtig! Achso! Ich komm auch rechts! Hilfe! Ich bin teils! Wir machen jetzt sofort Punkte hier links! Ja, jetzt mit Squad! Ich finde das irgendwie ein bisschen strange, wie wir hier Punkte machen! Die opfern sich für uns! Sie opfern sich! Der Opfer wird niemals vergessen! Wir haben denen nur gesagt, dass da die Werkstatt ist! Oh, ich bin tot! Scheiße! Ich hab hier aufgepasst! Ich mein Gedanke noch an all die ganzen Arten und Seelen, die jetzt draufgehen! Nur damit wir gewinnen in einem Online-Game! Dafür guck ich Bram zu, wie er einfach dumm durch die Gegend läuft! Schön machst du das Bram! Das stimmt gar nicht! Schön laufen! Ja, schön! Geradeaus! Immer schön weiterlaufen! Was machst du denn jetzt? Hallo! Ich werd dir vollgemacht! Oh Mann, ist feuer! Ey, Sepp hat übrigens Probleme auf der Online! Juckt ja keine Sau! Ja, aber ich push einfach, das ist wichtiger! Okay, das heißt, ich muss jetzt auch mal rechts rüber, oder wat? Ähm, Jay, wie viel Münzen hast du? 600, 800, 900! In der Mitte müsste zwei Roboter stehen hinter dir! Ich hab 1700! Und jetzt geradeaus! Müssten zwei Roboter so links und rechts stehen! Die du wieder spawnen kannst! Peter läuft ganz allein durch die Gegend! Nicht 1200! Du brauchst doch Rechtshilfe, oder? Ja! Aber einen kann ich spawnen! Aber wär geiler, wenn einer bei dir wär! Wo ist der andere? Äh, da wo, äh, Jay gerade auch war! Aber ich komm, Peter! Ich komm! Ich komm, Peter! Ich bin bei dir! Wir machen mal den Typ! Quatsch, Peter! Hier ist alles easy! Boah, den Typen machen wir! Oh, ich muss fliehen! Oh, ich bin langsam! Oh, ich bin langsam! Oh Gott, bin ich ein fettes Stück Scheiße, ey! Da oben ist da noch ein Tower! Überlassung! Ja, was ist das denn? Ja, wie ich ihn gefickt hab! In sein Anus! Oh, da muss ich weg! Rapschild! Da oben, da oben ist irgendwie ein böser Tower! Der ist echt nicht geil! Plink, 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 plink! Ja, den haben wir! Und der Sound ist doch schön! Ja, der ist... Kling, kling, kling! Du bist dem Sieg! Na, ich kann nicht fühlen, Junge! Kann ich schmecken! Ja, Game hat sich bestimmt auch so ein privates, äh, kleines Ding hier gekauft! So eine riesige Map, wo das ganze Geld reinläuft, weil er sich verdient! Wenn er dann einen Schlüssel kauft! Komm! Kling, kling, kling! Und dann läuft das Geld auch immer in so einen Heizofen rein! Jetzt verspotten! Bang, Junge! In Lina! Oh, hier ist noch ein, da ist noch ein Schwertkämpfer! Dieses Spiel macht mega Laune, Alter! Komm, jetzt ist es auch da! Ich bin schon krass, wie wir gleich gewonnen haben, ich bin noch nicht mal bei Ulti-Level, ey! Ich hab gerade Ulti-Level gekriegt! Du verdienst noch nicht! Ich versteh meinen Champion nicht! Aber ist cool! Hier auf der rechten Seite brauchen wir nochmal Hilfe in der drückende Gegend! Schon wieder aufgestiegen! Zack, direkt nächste Punkt hier verteilen! Kann man doch durchfassen! Oh, der ist wieder ein Gegner! One last time! Oh Gott! Er holt sich zu mir! Das ist immer clever mit dem Tag! Bam, Junge! Oh, ich bin echt gestorben! Wenn der Tag! Oh, Peter! Kannst du noch nie machen! Ich bin führender gerade! Auf der höheren Dach! Kling, 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 kling! Das ist auch ein krasse Typ, ey! Stepp aus dem Schild, komm, wenn man... Oh, ja! Aber, aber der macht Schaden! Wir holen es gerade Spanchen! Ich muss jemandem zugucken! Kalou-Carts! Das sind drei? Ja, da sind drei Schaden! Weißt du, wir haben den Arsch extra so fett gemacht wegen Tracer! Wollte noch nicht hier laufen! Ja, genau! Oh, ich hab hier so ein Problem! Komm schon! Ich bitte! Ja, Talou! Du bist voll das feinste Stück, Alter! Du bist so springen mit einem G, ist der umgefallen eigentlich? Nee! Und ich glaub, du bist der Einzige, der aktuell lebt von uns! Jaaa! Jetzt kommt nämlich das große... Wir brauchen nur noch 30 Punkte, ey! Muss doch machbar sein hier! Yeah! Wie hab ich denn jetzt einen gekillt? Guck mal, Talou Post! Assist? Nee, ich hab Karo statt oben! Wenn du Assist machst, dann steht da oben links Assist, oder? Ja, eigentlich schon! Vielleicht ein Tower, den du aufgebaut hast oder so? Das kann auch sein! Whatever! Ich hab verspottet! Da stand jetzt verspotten, also hab ich verspottet! Wenn mir ein Spiel so weit sagt, noch 10 Punkte, dann haben wir... Ach, gleich, weil du bei Talou zugefuckt hast! Feindliche Streitgreifende bei 40% schneller! Äh, stand halt da! Talou! Talou, du kleiner! Kleiner Lady! Ach komm! Jaaa! Easy game! Was können die Gegner denn? Herausforderung! Disconnecten können die! Ja, das können sie wirklich! Einzige, was sie können! War irgendwie zu easy! Ja, wir haben halt gerulert! Was willst du machen? Endpunkte! 500 zu 160 war schon eindeutig! In der Tat! Finde ich knapp! Ich möchte gerne sehen, was ich jetzt hier bekomme alles! Aber die hatten ja ein Level 44er! Hahahaha! Cuffling Hand! Okay, was... Moment, da kann ich jetzt sofort nochmal vielleicht reingucken! Was ist das Statistik? Kann ich... Alter, ey! Peter, ihr meiste Kills! Bestes Score! Alter, Peter! Was ein Monster! Geht! I know! I know! Meiste Splitter! Jawoll! Weißt du? Moment, du hast meiste Splitter? Wieso ist das nicht bei Sepp, Junge? Schäkel, Schäkel! Wird viel mehr Sinn ergeben! So, kann ich jetzt hier theoretisch... Ich habe jetzt Charakter Level 2 erreicht! Das heißt, kann ich jetzt damit machen mit meinem Charakter? Ähm... Mit Level 3 kriegst du, glaub ich, was... Ähm... Kriegst du, glaub ich, ne Box, oder? Ich bin jetzt in der Kommandozentrale... Genau! Du bekommst nicht nur ne Box, du bekommst in nem Charakter Levels... Ähm... Auch noch unterschiedliche Fähigkeiten! Ihr habt ja immer bei jedem Level ab die Möglichkeit, den linken oder den rechten Skill auszuwählen! Und je höherer Charakter ist, dann kommt noch ein mittlerer Skill dazu! Eine Konfiguration ist... Okay, ich kann jetzt, wo ich Level 3 geworden bin, Konfigurationen erstellen! Also die Ausrüstung, die sie mit in den Kampf nehmen! Ja, und du müsstest ne Kiste haben! Mit Loot, bei Gear! Denken Sie daran! Also bei Ausrüstung! Ich hab doch Deutsch! Achso, ja, und dann bei Packs... Das heißt bestimmt auch so... Ja, stimmt! Alter! Und die machst du einfach auf, und dann kriegst du ein paar coolen... Hier dreht Case Opening noch! Jetzt halt doch mal deine Fresse! Oh, fuck! Die labert hier immer die ganze Zeit! Ich kann drei Teile mit in den Kampf nehmen! Ja, eins im Maul! Okay, was ist mein Paket? Neues Paket kaufen, seltenes Beute-Paket! Genau, das kannst du auch machen! Oh, wird geöffnet! Oh! 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 Alter, die labert die ganze Zeit! Und Sie als Teil ihrer großzügigen Entlohnung erhalten! Okay... Schließen Sie Missionen oder Herausforderungen ab, um Beute-Pakete zu verdienen! Oder erreichen Sie Commander oder Charakterringe! Ich hab... Oh, die labert! Die labert immer noch! Öffnen Sie ein Beutepaket im Ausrüstung. Boah! Ich habe ein kaputtes MyFist Medikit bekommen. Und ein Rejuveni-Booster. Und ein hartgesottener Geist des Windes. Wenn es irgendwie eine Cola-Flasche oder so. Sprint-Tempo. Und ein Helm-Visier. Kostet allerdings alles Geld zum Aktivieren. Nee. Genau, du kannst drei Items kaufen. Also drei Items in Floatout mitnehmen. Und die kannst du ingame, wenn du die zwei drückst, kaufen. Genau. Das ist eigentlich ganz geil, weil ich hatte teilweise echt... Also bei dem ersten Spielmodus hatte ich echt Geld über teilweise. Stimmt, da denke ich aber auch nicht dran. Kannst du einfach so zwei drücken und dann kannst du eins davon aussuchen? Nee, du kannst dann kaufen. Egal wo du bist, überall. Einfach, wenn du das Geld hast, zwei drücken, kaufen. Cool, das hätte ich mal machen sollen. Ey, Mensch. Wäre vielleicht eine Idee gewesen. Oh, ich kann mir einen Titel geben. Oh, jetzt laberte ich schon wieder. Oh, oh Gott, jetzt laberte ich schon wieder. Hier können wir uns für einen aktiven Titel wählen, der auf ihrem Nachschild angelegt wird. Du musst ja erst alles klären. Alter, es gibt ganz schön viele Titel. Mein Titel ist Holzfällerlos. Black Ops, ne? Holzfällerlos, was ist denn das für ein Scheißtitel? Bei Englisch macht das wahrscheinlich alles viel mehr Sinn. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Lumberjack Go! Ja, ist sogar richtig. Heißt sogar Lumberjack Go. Guck mal, kannst du mal sehen. Gut, das war die zweite Folge Battleborn. Eine kleine Rasur. Seid ihr von uns vielleicht nicht gewöhnt. Aber manchmal muss das sein. Wenn ich halt aufnehme, dann läuft das so. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.